Heute begrüße ich euch mit diesem wundervollen Lichtschiff von Ashtar Charan und einer sensationellen Botschaft. Und ich bin so begeistert von diesem Lichtschiff, dass ich das jetzt als meinem Hintergrund genommen habe. Ihr seht also im Hintergrund Ashtar Charan mit seinem wunderschönen Lichtschiff. Und dieses Lichtschiff hat mich auch sofort an die Andromedaner erinnert, weil die haben ja diese ganz großen, riesigen Schiffe. Darüber habe ich auch in meinem Buch geschrieben, das kosmische Wissen von Andromeda. Ihr werdet es wissen. Heute geht es um die Gamma-Strahlen, um die Gamma-Einstrahlung auf die Erde und um den Polsprung. Wichtige Botschaften von Ashtar Charan. Und es ist gut, dass du da bist und dir das Video bis zum Schluss anhörst. Immer wieder taucht die Frage auf von euch mit dem Polsprung. Obwohl es ja schon sehr viele Videos auf YouTube davon gibt, habe ich mich entschlossen, Ashtar Charan zu fragen. Denn die geistigen Wesen haben ja doch einen ganz anderen Überblick über all das, was hier geschieht. Und er hat auch noch eine ganz besondere Botschaft da dazu über die Gamma-Strahlen. Und das wäre sehr wichtig, wenn wir diesen Zusammenhang verstehen würden, hat er mir gesagt. Und aus diesem Grund habe ich heute dieses Channeling für euch vorbereitet, damit wir alle wieder mal auf dem neuesten Stand sind. Natürlich werde ich auch in weiteren Botschaften über alles berichten, was wichtig ist. Deswegen ist es gut, wenn du meinen Kanal gleich abonnierst, um eben immer informiert zu sein. Und diese Botschaften, die tragen ja auch alle eine ganz besonders starke Energie. Ja, es ist dann auch noch zwischen den Worten zu fühlen oder zu verstehen, was gesagt wird, weil die geistige Welt ja oft in Bildern spricht und manche Menschen verstehen das nicht. Es wird auch darüber gesprochen werden, über die Ungeduld und über diesen negativen Energiekomplex, der sich gebildet hat. Das sind so die Themen, wofür ich um Botschaften gebeten habe. Was genau gesagt wird, weiß ich jetzt noch nicht, aber das werden wir ja erfahren. Und ich werde natürlich auch auf Telegram immer wieder mal noch etwas dazu sagen, wenn dann eine wichtige Botschaft zusätzlich oder nach diesem Video kommt. Deswegen könnt ihr da auch immer wieder mal reinschauen. Und da haben wir auch eine sehr, sehr schöne Gemeinschaft voller Liebe und voller wertvoller Lichtmenschen, die dort zusammen sind. Viele Menschen haben ja Angst zurzeit und viele Menschen sind so aus ihrer Mitte gerissen und wissen gar nicht mehr, wie es weitergeht und haben auch irgendwie diese Kraft nicht mehr auszuhalten und zu warten auf das Gute, auf was das Wunderschöne, was da auf jeden Fall kommt. Und ich kann nur eins zu euch sagen, ihr Lieben, haltet durch, geht nicht in die Verzweiflung oder sagt nicht, ich halte es nicht mehr aus und es ist mir alles zu viel. Ich kann es sehr gut verstehen. Ich weiß, ich weiß wirklich, dass es vielen von euch so geht. Aber letztendlich sind wir in diesem Prozess und uns bleibt nichts anderes übrig, als da durchzugehen. Und dann wäre es doch schön, wenn wir alle kraftvoll und liebevoll da durchgehen, im Vertrauen, dass wir danach, wenn dieser Prozess beendet ist, tatsächlich in diese wundervolle neue Energie hineinkommen. Und das ist ja unser Wunsch, deswegen sind wir hier inkarniert und deswegen haben wir uns diese Last aufgebürdet, die für manche wirklich ganz schön schwer ist. Und manche bekommen es noch gar nicht mal mit. Das ist auch der Punkt und wir sind halt sehr viele Menschen. Jeder Mensch ist auf einem anderen Weg und von daher ist es normal, dass nicht jeder die gleichen Empfindungen hat. Und gerade wir, die Hochsensiblen, wir bekommen natürlich alles mit. Und so war es auch im Akasha-Webinar. Da haben wir hineingeguckt in die Akasha für die Zukunft der Erde. Und diese wundervolle Zukunft, die sieht so schön aus. Die sieht so schön aus. Wir müssen nur erst mal durch dieses Tor, sag ich mal, hindurch gehen. Durch dieses Tor, was uns hineinbringt in die fünfte Dimension. Und dann haben wir einen ganz, ganz großen Schritt gemacht. In dem Moment, wo du deinen ersten Blick in die Akasha geworfen hast, wird sich dein Leben auf magische Weise verändern. Du wirst kostbare Einsichten in das tiefe Wissen des Lebens gewinnen. Und glaube mir, die Fähigkeit dazu kann jeder erlernen. Es gibt ganz einfache Techniken, die auch du meistern wirst. Wenn dein Herz nach Veränderung ruft, klicke auf den Link unter diesem Video und melde dich an. Werde ein bedeutsamer Teil dieser neuen Ära. Denn du hast es verdient, die Schätze der Akasha zu entdecken und ein erfülltes Leben zu beginnen. Die Links für das, was ich hier so erzähle, habe ich alle unter dem Video angefügt. Ihr könnt da mal draufklicken und euch informieren, um herauszufinden, was jetzt für euch gut und passend ist. Jetzt möchte ich euch auch gar nicht mehr lange auf die Folter spannen, sondern ich rufe jetzt gleich Ashtasch heran. Und ich werde auch mit diesem Hintergrund beginnen und euch einladen, diese Botschaft zu hören. Und bleibt in eurem Herzen und nehmt einfach mal die Worte wahr, was er uns zu sagen hat. Ich wünsche euch allen ein wunderschönes Channel-Erlebnis. Wir lassen die Musik am Ende des Videos noch ein bisschen spielen, sodass ihr dann auch weiterhin in der Energie bleiben könnt. Und ich sage schon mal Danke zu euch, umarm euch alle und ein Küsschen. Habt jetzt ganz viel Freude. Geliebte, herzensmenschen der Erde, mit dem Segen des Lichtes des Universums begrüße ich jeden Einzelnen von euch aus unseren Lichtschiffen, welche die Erde umkreisen und auf euch schauen. Mein Name ist Ashtasch heran und ich komme mit einer Botschaft der Hoffnung und des Wandels. Das, was bevorsteht, wird etwas Wundervolles sein. Das, was geschehen wird, nachdem die Zeit des Wandels durchschritten wurde von euch, wird euch belohnen, wird euch zeigen, dass all dies, was ihr im Moment auf euch genommen habt, es wert war. Und aus diesem Grunde möchte ich euch verschiedene Botschaften heute überbringen, denn ich sehe die Menschen, ich sehe euch alle, wie es euch geht. Und wir haben einen besonderen Strahl für euch vorbereitet. Dieser helle Lichtstrahl besteht aus wertvollen Gamma-Strahlen, die auf eure Erdatmosphäre treffen. Und sie spielen eine zentrale Rolle in diesen transformativen Zeiten. Die hochfrequenten Energien, die aus dem Zentrum des Universums kommen, haben die Kraft, die Schwingungsfrequenz eurer Planetenatmosphäre zu erhöhen und euch auf dem Weg des Aufstiegs gut zu unterstützen. Diese Gamma-Strahlen haben eine sehr große Macht. Sie verändern die energetischen Felder eures Planeten und eurer Aura. Aber sie verändern es so, dass es für euch ein positives Erlebnis ist. Wir haben die Gamma-Strahlen so in ihrer Funktion bearbeitet, dass sie für euer höchstes Wohl wirken. Diese Energien können eure DNA auf eine ganz besondere Art aktivieren und euch helfen, höhere Bewusstseinszustände zu erreichen, die ihr benötigt, um durch die aktuelle Zeit des Wandels hindurch zu gehen. Und so ermutige ich euch, eure alten Muster und Begrenzungen loszulassen und euch für die neuen Möglichkeiten und Perspektiven zu öffnen, die die aktuelle Zeit mit sich bringt. Durch die Interaktion mit diesen Gamma-Strahlen habt ihr die Chance, euch enorm weiterzuentwickeln, eure spirituellen Fähigkeiten zu erweitern und ein tieferes Verständnis für euch selbst und eure Verbindung zum Universum zu erlangen. Und nun möchte ich auf den Polsprung eingehen. Ich weiß, dass ihr oder viele von euch darauf wartet und ich weiß auch, dass einige von euch Angst haben vor diesem Polsprung. Wie lange es tatsächlich dauert, bis der Polsprung geschieht, kann im Moment niemand sagen, denn dieses Geschehen hängt tatsächlich von mehreren Faktoren ab. Zum einen sind die Sonnenstürme dafür verantwortlich, dass sie Störungen in dem Erdmagnetfeld für euch erreichen und das Erdmagnetfeld schwächen. Auch zeigen sich auf der Erde extreme Polarlichter, die es sonst noch nie so gegeben hat. Dies ist also ein Zeichen, dass etwas geschieht und in Bewegung ist. Allerdings ist der Begriff der Zeit sehr dehnbar und ist eine Interpretation, die wir nicht machen können, da bei uns die Zeit nicht existiert. Dann kommt es noch darauf an, welche Zeitlinie von den Menschen genährt wird. Und es ist ganz wichtig, dass ihr euch bitte, bitte auf die Zeitlinie der Liebe und des Lichtes und des Friedens konzentriert. Auf jeden Fall möchte ich euch sagen, liebe Menschen, dass wir bereit stehen, um euch zu helfen. Wir tun alles, damit dieser Prozess in Leichtigkeit und Liebe vonstatten geht. Und so wird es immer wieder Schwankungen geben in eurem Erdmagnetfeld, denen ihr ausgesetzt seid. Aber wir sind hier, um euch zu unterstützen und wir legen großen Wert darauf, dass es euch gut geht und dass der Wandel so leicht wie möglich geschieht. Und so seht ihr, es sind verschiedene Aspekte, die eine große Rolle spielen. Aber was ihr wissen solltet, dass ihr euch bereits in der Energie des Polsprungs befindet. Denn es ist noch nicht genügend auf der Erde aufgearbeitet worden. Es befinden sich noch sehr viel alte Muster auf der Erde, die die Menschen erst lösen müssen. Das ist die Aufgabe. Und ihr wisst es selbst, das, was geschieht, ist sehr schwer für euch. Die vielen negativen Energien versuchen, euch schwach zu machen. Jedoch seid ihr inzwischen alle so stark geworden in eurem Inneren, dass ihr durch diese Zeit immer leichter durchkommen werdet. Und so möchte ich euch daran erinnern. Geht in die Energie eurer Herzen. Geht dort hinein. Denn dort habt ihr eure Kraft und eure Stärke. Das kann euch niemand nehmen. Und dieser Wandel, die Energien des Wandels, er wird helfen, alte Energien aufzubrechen und das Tor zu einer neuen Klarheit und Verständnis aller Menschen öffnen. Es ist der Beginn einer neuen Ära, einer Zeit des Aufstiegs, in der ihr euch befindet. Und ich ermutige euch, diesen Wandel mit offenem Herzen und offenem Geist zu begrüßen. Seht ihn nicht als das Ende vom Ende, sondern als einen Anfang von etwas Wunderschönen. Ihr seid wundervolle Lichtwesen, mächtige Schöpfer, die eine neue Welt der Liebe und des Friedens und der Harmonie aufbauen können. Und in dieser Zeit des Wandels, lasst euer Licht leuchten. Teilt eure Liebe und seid mutig auf eurem Weg. Wir sind bei euch. Wir unterstützen mit allen möglichen Energien, die wir zur Verfügung haben. Und gerade jetzt durch diese Botschaft wirst du in deinem Herzen spüren, wie wertvoll die Worte sind, die ich zu dir gesprochen habe. Und so sende ich euch, liebe Herzensmenschen, einen Gruß des Lichters mit dem Segen des Lichters. Bleibt in der Hoffnung und in der Kraft. Denn alles ist vorbereitet. Alles ist da. Alles, was ihr benötigt, tragt ihr in euch. Und es bedarf nur einen Blick nach innen in euer Herz, um zu erkennen, wer ihr wirklich seid. Und so verabschiede ich mich jetzt voller Liebe und voller Hoffnung mit dem Wissen, dass alles gut werden wird. Und sage voller Achtsamkeit Dein Ashtar Sharan Und so verabschiede ich mich jetzt. 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 Und so verabschiede ich mich jetzt.